Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders Folge 9. Schau mal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders Folge 9. Schau mal, herzlich willkommen. Schau mal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders Folge 9. Schau mal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! 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 Was wissen über Waffen, äh, schon wenn er beim Nutzen da ja selben erfahren, wie ich dazu verurteile. 1711, ich werde ein Teil vom Kriegstrang wieder her. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Ich werde ein Teil vom Kriegstrang wieder her. So, hier können wir nichts mehr kaufen. Eine ausgezeichnete Wahl. LT plus LS da unten und X. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Nach hinten LS plus X. Sei gegrüßt. Aber über die Tate. Ruhh, du warst ja. Setz also in die Tate. Näh! Die Tate. Da geht, ich bin drin. Du kannst dir das auf die Tate. Holt. Dính am Schaupp. Das geht nicht. Du kannst du nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, dann sammeln sie vier Bruchstücke, um deren Lebensersteine zu erschaffen, da der Kriegsgesunde als Maximum erhöht. Was ist das? 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 Was ist das?